Nach dem Liebesaus mit Andi hat Petra nun einen neuen Partner an ihrer Seite, wie sie in einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok verkündet. Bei Harz und Herzlich teilen die Protagonisten nicht nur ihre finanziellen Sorgen und Probleme, sie lassen die Zuschauer auch an ihrem Privat- und Liebesleben teilhaben. So auch Mutter und Sohn Pascal und Petra, die gerne stolz ihr Partner und Partnerinnen mit der Öffentlichkeit teilen. Beziehungen bei Harz und Herzlich Petra aus den Benz-Baracken hat einen neuen Partner. Die 53-jährige Petra wohnt mit ihren zwei Kindern Pascal und Selina in Mannheim. 2021 verstarb ihr verlobter Heiko tragischerweise an Herzversagen. Diesen Verlust musste die Mannheimerin erstmal verarbeiten, bevor sie mit einem neuen Mann namens Andi ein Neustart wagte. Leider hielt auch diese Beziehung nicht. Nachdem Petra und ihre Familie zu Andi nach Niedersachsen zogen, merkten die beiden, dass sie doch nicht füreinander bestimmt waren. Bereits kurz nach der Ankunft in Dessau war die, Harz und Herzlich, Protagonistin schwer enttäuscht. Wieder zurück in Mannheim hat Petra nun einen neuen Partner, wie sie auf TikTok verkündet. Ich weiß, was Liebe ist. Mannheimerin Petra verkündet neue Beziehung in dem Video, das sie Anfang Mai auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte. At mrs.hitmixer räumt sie mit den Gerüchten auf, dass sie mit Sören Schnabel zusammen sei. Tatsächlich handelt es sich bei ihm um den Musikproduzenten der Familie. Mit ihm nahmen sie den Toasteprot-Song auf, den Pascal aus, Harz und Herzlich, sogar Dieter Bohlen zukommen ließ. Gleichzeitig erklärt sie in dem Video auch, dass sie stattdessen mit einem Mann namens Felix zusammen sei. Felix ist dieser Mensch, wo ich meine ganze Liebe weitergeben werde. Ich weiß, was Liebe ist. Ich werde diesen Menschen glücklich machen, sagt die, Harz und Herzlich, Mutter bestimmt. Pascal aus, Harz und Herzlich, ist schwer verliebt in seine Freundin Lea Auch bei Sohn Pascal läuft es in Sachen Liebe sehr gut. Der 23-Jährige ist seit über einem Jahr mit Lea zusammen, die er bereits seit über 10 Jahren kennt. Auf Instagram und TikTok bezeugen die beiden regelmäßig ihre große Liebe und es steht sogar schon eine Verlobung im Raum.